Herzlich Willkommen zu einem neuen Video bei Backbahn. Heute sind wir mal in unserer heimischen Garage, nicht in der Halle. Wir wollen euch mal unser aktuelles Winterprojekt vorstellen und zwar geht es um einen 84er Mexikokäfer. Den wollen wir euch mal zeigen, was wir da so alles gemacht haben. Das Projekt geht jetzt schon ein bisschen länger. Wir haben den 2019 gekauft, hin und wieder was dran gemacht, zieht sich jetzt so über ein paar Jahre, weil wir immer so ein paar Projekte dazwischen hatten. Wir haben letzten Winter hier zu Hause angefangen ihn zu schweißen ein bisschen umzubauen und im Sommer kam halt wieder was Neues dazu. Aber jetzt geht es halt weiter bei dem Projekt und wir wollen euch mal den Stand zeigen, was wir gemacht haben und was wir noch vorhaben. Und um das schöne Stück geht es in diesem Video. Jetzt fragen sich die ein oder anderen Mexikokäfer? Sieht ja ein bisschen anders aus. Und zwar soll es einen kompletten Umbau geben an diesem Fahrzeug. Wir wollen den Mexiko umbauen auf einen Käfer der 60er Jahre. Aber jetzt nicht ein bestimmtes Baujahr, sondern wir werden Sachen aus verschiedenen Baujahren zusammen mischen würde ich jetzt sagen. So wie es uns am besten gefällt. Wird es natürlich den ein oder anderen wieder geben, ja Bastelbude oder wie auch immer. Nein, Bastelbude mit Sicherheit nicht, weil es wird alles vernünftig gemacht. Nur weil jetzt Sachen aus verschiedenen Baujahren zusammen gemixt sind, ist das noch lange nicht so. Auf jeden Fall will ich euch das jetzt mal vorstellen, was wir gemacht haben und was wir noch machen werden. Was haben wir gemacht oder was mussten wir machen? Ich habe ja gesagt, wir wollten ihn umbauen. Also das hat im Prinzip ja war das eine gute Basis, den umzubauen, weil der hatte einen Unfallschaden. Wir haben den ganz günstig bekommen und es hat sich angeboten, dann nicht wieder auf Original zu bauen, sondern halt diesmal so, wie ich den gerne hätte. Ja, ich zeige euch mal eben, was wir von innen gemacht haben. So, was gehört zu dem Umbau? Klar, andere Kurtflügel ist ja logisch. Dementsprechend auch die passenden Scheinwerfer. Wir werden diese schmalen Blinker benutzen aus ganz früheren Baujahren. Die lange Haube habt ihr ja schon gesehen. Dazu haben wir halt das Frontblech getauscht. Das ist halt auch anders wie beim Mexiko. Wegen der langen Haube geht es natürlich tiefer runter und hat ein anderes Schlosssystem. Bei dem Mexiko ist das eher hier so liegend, weil die Haube auch kürzer ist. Das ist ein anderes Schloss. Hier geht der Haubenzug rechts entlang. Da muss jetzt noch ein Rohr gemacht werden, wo es drin läuft und geht dann hier vorne und sich noch ein Loch bohren. Da geht es dann durch. Beim Mexiko- Käfer hat man das im Prinzip den Haubenzug hier innen liegend und geht dann hoch zum Handschuhfach. Was haben wir noch direkt umgebaut? Wir haben einen anderen Tank genommen. Wie es auch früher üblich war oder wie es halt früher war, die Betankung von hier innen. Bei den jüngeren Baujahren, so bei den Mexiko-Käfern, ja gut, nicht unbedingt Mexiko-Käfern, aber bei den jüngeren Baujahren, kommt die Betankung halt hier über den Tankstrutzen, läuft hier rüber nach außen und hat dann Tankanschluss außen, wie bei den modernen Autos. Habe ich halt zugemacht, weil ich da, wie gesagt, man sollte halt nicht sofort sehen, dass es ein Umbau ist. Das wird noch alles schön beigespachtelt. So, was müssen wir noch machen? Wir müssen hier innen drin noch die Stoßstangenaufnahmen einschweißen, weil die Stoßstangen auch im Prinzip von innen befestigt werden durch diese Löcher hier. Bei den neueren Modellen würde es hier durchkommen, dann von außen hier. Ja, ich zeige euch mal, wir mussten halt die kompletten Seitenteile, habe ich getauscht, also das Seitenteil und auf der anderen Seite. Sind aber Originale aus der Mexiko-Produktion, also keine Repro. Dann habe ich hier, da war so eine Öffnung für das Schloss. Es gab wohl eine Modellreihe in den 90ern, wo da ein Schloss war mit Schlüssel für eine Alarmarmarmarm. Habe ich zugemacht, hier oben habe ich die Antenne zugemacht und hier habe ich die Spiegel zugemacht, die Aufnahme für die Spiegel, weil wir für das alte System hier eine Antenne hinbauen und hier ein Schwanenhalsspiegel nennt sich das. Ich zeige euch das mal. Ich habe das mal hier aufgebaut und zwar ist das die Antenne, so eine Zwei-Fuß-Antenne, die kommt dann hier an die Seite dran. Ich muss dann zwei Löcher bohren und dann kommt die da so dran. Jetzt ist die Frage, mache ich die gerade dran oder mache ich die so ein bisschen schräg, so dass die Antenne hier oben zum Dach hinläuft. Ja, es gibt halt verschiedene Möglichkeiten. Ja, weiß ich noch nicht genau. Könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben, was ihr am besten findet oder was ihr gemacht habt oder bei welcher Baureihe das so ist und bei welcher so. Weil ich habe schon beide Varianten gesehen. Dann ist das der Spiegel hier, der Schwanenhals, der kommt dann hier vorne an die Seite dran, in dem Loch hier und in Verbindung mit den dicken Leisten geht es dann hier weiter bis hinten dann durch. Ja, dann haben wir auch noch ein altes Tacho, werden wir auch umbauen. Das Mexiko-Käfer-Tacho sieht auch anders aus. Ja, was haben wir noch? Die Rückleuchten. Da kommen natürlich auch andere dran. Ja, das sind diese eierförmigen Rückleuchter. Im Rot ist eigentlich so US-Produktion, meine ich. Ja, ist für meinen Baujahr eigentlich, glaube ich, nicht erlaubt, weil wegen der Blinkerfarbe auch unter anderem und ja, kein Rücklichtstrahler für Rückwärtsgang halt. Ja, aber die werde ich erstmal dran bauen. Für den TÜV werde ich dann mit Blinker hier oben machen. Ganz normal in orange. Ja, und dann schauen wir mal, was der TÜV sagt. Na, was haben wir noch gemacht, verändert? Wir haben hier das originale Lüftungssystem. Beim Käfer kommt ja hier hinten aus der Ecke ein Heizschlauch hoch, der vom Warmluftkanal auskommt. Und vom Warmluftkanal, der geht nach hinten zum Motor und dadurch kommt halt die warme Luft nach vorne. Bei den Mexiko ist das halt mit so einem Dreiersystem. Wird halt, ja, einer geht nach oben zur Ecke der Scheibe und dann geht der Rest, wird hier vorne verteilt in so einem Kastensystem. Das mache ich aber weg, weil, wie gesagt, auf alte Optik, da gibt's das nicht. Da hat der Andreas, mein Arbeitskollege mir, aus dem 3D-Drucker einen passenden, ich sag mal, Ersatz gemacht. Mit dem passenden Durchmesser für den unteren Schlauch und den passenden hier, die zwei, die ich dran machen möchte. Das sind halt auch alles verschiedene. Gibt's so ordentlich zu kaufen, mussten wir extra drucken. Weil der kommt Mitte der Scheibe und hat auch einen anderen Anschluss und der geht ja aus zur Scheibe und hat auch einen anderen Anschluss. Ja, das ist eigentlich zur Front schon fast. Oh, nee, ich hab mal was vergessen. Wir wollen den Frischwasserkanister hier Tank tauschen und zwar werden wir das Modell vom 16i von Mexiko einbauen. Einfach aus dem Grunde, weil es viel praktischer ist. Wird elektrisch angesteuert und es wird sehr schön hier in die Ecke gebaut. Komm schon. Kommt hier mit der Kurflüge-Schraube fest. Hier elektrischer Anschluss, Wasser nach oben und fertig. Ist mir lieber wie das alte System. Das alte System war hier in dieser Mulde drin und hat den Druck bekommen über das Reserverad. Ja, das machen wir nicht. Das ist zu alt. Das ist nicht so gut. Ja, dann sind wir hier drin. Sind wir, glaube ich, schon mal fertig, was wir alles so gemacht haben oder noch machen müssen. Wir haben noch nichts eingeschweißt von der Front. Ist erst mal alles nur gesteckt verbunden. Genauso wie die Seitenteile hier unten. Erst mal alles nur gesteckt, geklemmt, ausgerichtet. Muss alles noch verschweißt werden. Auf beiden Seiten. Ich musste hier auch komplett ausbessern. Das war auch alles kaputt. Der Heizkanal. Genauso wie hier vorne die Ecke, die Front auf beiden Seiten. Hier haben wir noch das originale, schöne Emblem. Muss nur mal eventuell aufpolieren. So, dann habe ich hier, musste ich die Ecke ausbessern vom Scheibenwischer. Wo das Gestänge durchkommt. War auch kaputt. Ja, was haben wir sonst noch? Ah ja, genau. Die Stoßstangen werden wir auf, sag schnell, US, ich komme jetzt nicht drauf. Ja, ich zeige euch die mal eben einfach. Genau, vorn und hinten. Die sollen dran kommen. Was haben wir noch gemacht? Da sind die hinteren Kotflügel, die noch hinten dran müssen, klar. So, hier ist auch erst mal nur komplett geklemmt alles. Musste man aufbördeln, an die Kante hier halt, damit wir da das Seitenteil tauschen können. Hier werden auch natürlich die dicken Leisten dran kommen. Hier werden wir nichts ändern an der Tür. Daran wird man natürlich sehen, dass es immer noch ein Umbau ist und nicht wirklich ein altes Modell. Sieht man immer schön an den Griffen. So, hinten geht es weiter. Hier haben wir die Halbmonde zugemacht. Bei den neueren Modellen ist hier so ein Halbmond eine Öffnung für die Belüftung zum Motor hin vom Fahrtwind. Ist bei den alten Modellen aber nicht, also habe ich das auch zugemacht. Dann haben wir noch ein paar Stellen zumachen müssen, was man alles so kennt. Jetzt zeige ich euch mal, was ich hier noch alles machen muss an der hinteren Front. Da ist im Prinzip wie vorne, da muss einfach komplett alles neu. Erstmal wegen der langen Haube muss getauscht werden und viele Sachen sind durchgegammelt. Ich zeige euch das mal eben. So, hier ist halt immer noch Mexiko-Hackblech. Muss getauscht werden für die lange Haube. Da ist das Blech, liegt auch schon ein paar Jährchen rum. Deswegen ist es schon wieder angerostet. Aber ist nicht schlimm. Strahle ich vorher und dann kommt es rein. Dahinter sind die beiden Endspitzen. Die hier, die kommen beide neu. Also im Prinzip kommt und ja, ab hier einmal alles neu. Hier die Verblechung auf beiden Seiten auch neu. Genauso wie das hintere Stück muss hier neu bis da zum Strich. Und da. Leider gab es damals nicht das komplette Blech, wo ich bestellt habe, sondern nur diese beiden einzelnen hier. Ja, deswegen muss ich die halt. Ich werde es komplett raus trennen und dann das mittlere Stück, das werde ich wohl dann auch sandstrahlen müssen, weil das von hinten so ein bisschen auch noch ja, angerostet ist. Dann werde ich das komplett wieder in Verbindung damit wieder da rein machen. Weil, wenn man sieht, das ist einfach komplett durchgegammelt. Da, hier ist halt überall durch. Von hier sieht das noch eigentlich ganz gut aus, von innen ist das noch schlimmer. Na, da sieht man es auch. So. Und genauso ist das bei den Blechen hier. Das ist auch nicht mehr schön. Sieht man jetzt gar nicht so extrem. Aber von unten ist das auch ganz übel. Das ist alles nicht mehr so schön. Ja, die beiden kommen auf jeden Fall neu. Ja, das kommt neu. Die beiden Ecken neu und der Bogen ja, in der Mitte bleibt, aber außen halt neu. So, und dann machen wir die andere Haube dran. So. Da werde ich auf die kleine Nase bauen, obwohl die eigentlich nicht zu der Haube gehört, aber mir gefällt es einfach besser. Ich baue das Ding ja so, wie es mir gefällt und nicht ja, wie es dem Rest der Welt gefällt. Sag ich jetzt mal. Ja, dann gehen wir mal weiter hier die Ecke nochmal. Hier haben wir auch vieles ausbessern müssen. Hier auch die Monde zu. Hier ist noch nicht ganz so schön geworden, aber wird man nachher nicht sehen. Werde ich wegspachteln. Ja, ansonsten haben wir das ganze Häuschen hier komplett blank geschliffen. mit Flex erst mal den Lack runtergeholt, den alten. Und ja, dann haben wir das mit EP grundiert. So, was haben wir hier noch gemacht? Wir haben hier einen Rahmen reingeschweißt. Zur Stabilisierung und zwar, weil ja, das macht man ja eigentlich, wenn man die Heizkanäle machen muss. die Heizkanäle sind bei mir zum größten Teil gut gewesen, aber die Deckbleche nicht. Ich habe die Deckbleche komplett rausgemacht und ja, ich wollte das einfach dann stabil haben. Da hat da nichts passiert, weil ich musste da hinten die Ecke auch einmal neu machen. Da kommt aber ein gesondertes Video dazu, wie ich euch da zeige, was ich da gemacht habe und warum ich das machen musste. Ja, und deswegen habe ich hier den Rahmen auch gemacht. So, Cockpit, Amaturenbrett, besser gesagt, ist bei dem Modell eigentlich mit Schaumstoff so gepolstert, so Art, ja, sieht optisch aus wie so eine Lederpolsterung für die Leute, die es jetzt nicht sich vorstellen können. Kommt natürlich auch weg, weil die alte Modelle nicht hatte. Dafür musste ich hier Sachen zuschweißen, Löcher für die Halterung. Dann war hier und hier vor Kopf und da vor Kopf und da hinten oben und vor Kopf noch Lufteinlässe drin, weil ich ja gesagt habe, mit dem System vorne, das kam ja weg dann. Musste ich also zumachen. Hier in der Mitte werde ich das lassen, weil eine Belüftung ist schon ganz gut. Gab es bei manchen Modellen früher auch. Genauso wie das hier ist ja sowieso original bei jedem Käfer. Also da wird dann hier Luft rauskommen können, in der Mitte und an der anderen Seite. Ich musste mir halt hier auch die passenden Originalen besorgen für die Baureihe, weil die, die da drin waren, ein bisschen vom Maß her anders waren, weil, wie gesagt, hier war eine Polstung drüber und dann dementsprechend war das hier halt ein bisschen verengt. Genauso wie mit dem Handschuhfachdeckel da und der Aschenbecher auch. Da habe ich auch einen alten besorgt, der da reinkommt, ohne die Schaltbeschriftung. Dann habe ich hier komplett zuschweißen müssen. Natürlich nachher wieder ein Radioschacht reinkommen, aber ich musste es einfach zumachen, weil der Vorbesitzer den Schacht komplett demoliert hat. Also komplett krumm und schief und eingedüllt. Ja, musste ich einfach machen. Ja, hier ist der Haubenzug, bevor ich euch erzählt habe. Der kommt dann nachher hier unten raus. Nicht so wie jetzt. Jetzt ist der hier aus dem Sicherungskasten. Da ist es natürlich falsch. Kommt hier unten irgendwo raus. Muss ich noch gucken, wo genau. Dann habe ich noch ein gesondertes Video gemacht von den beiden Ecken hinten. Da habe ich Bauschaum, die Dämmung rausgemacht. Kommt auch noch ein Video zu. Hier habe ich noch ein paar Sachen anpassen müssen. Was möchte ich noch hier drinnen machen? Thema Himmel und Sonnenblenden. Sonnenblenden, zeige ich euch gleich. Hier sollen alte Sonnenblenden rein vom Brezel. Also das System da kommt zu. Hier die Löcher kommen zu beiden Seiten. Dann werden da oben die Grifflöcher zugemacht. Himmeltechnisch entweder kommt da vom Sparkäfer einer rein, der nur hier oben in der Mitte gespannt wird. Oder es kommt einer rein vom alten Modell, der aber geteilt ist. Ich will nämlich hier oben so ein Gepäcknetz noch reinmachen. aus optischen Gründen finde ich das einfach gut und das geht halt nur, wenn ich entweder mehr geteilten Himmel reinmache oder den einzelnen nur oben Sparkäferhimmel. Also geht nicht mit dem Original Mexiko, da funktioniert das nicht, weil das einer ist. Der wäre dann komplett zu. Dann ist noch die Frage, ob ich hinten diese Löcher noch zu mache. da ist halt die Frage, wie welcher Himmel kommt, muss ich zu machen oder nicht, aber ich glaube, ich werde es zu machen. So, dann zeige ich euch mal, was werde ich mit den Sonnenblenden meinen. Ja, die sind, das sind so Plexiglas-Sonnenblenden aus dem, ich meine, das ist vom Brezel. Wo war die? Ich glaube, Brezel müsste das sein. Ja, die haben eine gesonderte Aufnahme oben mit drei Schrauben. Das ist jetzt nicht das Problem, aber das Problem ist einfach, dass die Form irgendwie bei Mexiko anders ist von dem Blech her, wo er dran geschraubt wird. Also jetzt einfach da eine Platte dran schrauben und dann schweißen und dann da dran schrauben, das ist jetzt nicht so. Entweder muss ich das irgendwie in einer anderen Neigung machen oder ich muss die Sonnenblende irgendwie ein bisschen umarbeiten. Ich zeige euch jetzt erstmal, was ich meine. So, das sind die Sonnenblenden. Das sind so zweigeteilte Sonnenblenden. Das sind jetzt uralte, die habe ich mal von irgendeinem Schlachter mal, habe ich die mal, ja, bekommen. Ob die genau diese jetzt da reinkommen, weiß ich noch nicht, aber auf jeden Fall, ja, die Art. Ob ich jetzt diese gebrauchten mir irgendwie noch mal frisch mache. Ups, einmal die Tür aufmachen. Oder ob ich halt mir einen Neuen nehme, die kriegt man ja auch einen Neuen. Da habe ich die natürlich in der falschen Hand hier. Da muss man einfach die Kamera wechseln. So, die soll, Moment. So, die soll im Prinzip hier oben rein. So, aber wenn ich die jetzt so dran erschraube, wäre die Neigung vom Spiegel nicht gut. Möglichkeit wäre, ich nehme, ups, ja, genau. Man hat hier so Bolzen drin, so Stifte sind das eher. Wenn ich die raus mache, die Neigung des Spiegels, also verdrehe und wieder neu reinsetze, also Löcher bohre und die dann wieder reinsetze, dann müsste es eigentlich passend gehen. Ja, das ist auf jeden Fall der Plan. Schauen wir mal, wie wir es umsetzen können. Ja, so. Ja, so viel zum Thema. Ja, warum kommt jetzt ein YouTube-Video? Da wollte ich auch noch mal zu sagen. Gute Frage. Ja, eigentlich wollten wir es schon länger mal machen oder mal versuchen, aber irgendwie, ja, haben wir uns nicht durchringen können, ne? Ja, oder nicht getraut oder wie auch immer. Jetzt, ja, der eine oder andere fragt immer, ja, warum machst du denn kein Video mal? Ihr macht ja so viel und zeigt doch mal Videos, ne? Nicht immer so, ja, nee, ich bin nicht der Typ für. Ja, egal. Auf jeden Fall haben wir es jetzt uns durchgerogen, das mal zu machen. Danke an Alex, der uns auch noch mal überredet hat. Ja, wir werden jetzt auf jeden Fall Woche für Woche mal hier so ein paar Einblicke zeigen, was wir so machen. Ja, wir werden auf jeden Fall, damit ihr das Projekt mal von Anfang an seht, wir haben damals mal, wo wir das angefangen haben, das war aber 2019, haben wir mal so ein bisschen Videos gemacht, so ein bisschen mit Handy und ein paar Bilderchen und so. Da werden wir auf jeden Fall mal so eine Bilder-Videoreihe machen, so einen Zusammenschnitt von Anfang bis quasi Stand jetzt und dann wird ab jetzt halt immer so, ja, solche Videos kommen, also keine Bilder oder so. das Projekt soll im Prinzip komplett aus eigener Hand passieren, also so viel wie möglich selber machen, eigentlich gar nichts in irgendeine Firma geben, also das, nee, das habe ich beim ersten Käfer, habe ich das machen müssen, habe immer schlechte Erfahrungen gemacht, seitdem machen wir irgendwie alles, versuchen wir alles selber zu machen. Selbst die Lackierarbeiten machen wir mittlerweile selber, also Kleinteile ist alles kein Problem, große Sachen wie so eine Karosse, ja, das ist jetzt schon nicht ohne, ich habe zum Glück einen Kumpel, der ist Lackiermeister, der greift mir da ab und an mal unter der Arme, entweder hilft er mir richtig aktiv oder er unterstützt mich halt bei Fragen, ja, da klappt das ganz gut, aber Frage ist einfach noch, was machen wir überhaupt mit dem Modell? Ja, lackieren wir den vernünftig, in schön, in Farbe, Farbe ist auch noch nicht klar, was, oder mache ich da so eine Ratte raus, so ein Rattenlook raus oder so ein Rostlook, wie er halt so verwittert aussieht. Ich bin eigentlich eher dafür, so ein rostiges Ding zu machen, ja, meine Frau eher weniger, mal gucken, Innenausstattung werden wir auch selber nehmen, meine Frau hat von den Kindern beide Ausstattungen schon genäht, dann hat es super geklappt, das werden wir auf jeden Fall auserber machen, aber wie gesagt, ich weiß noch nicht, welche Farbe und ob Stoff, ob nicht, also ich denke eher Stoff, aber, ja, ach, was ich euch noch zeigen wollte, oder sagen wollte, ist, die Fenster hinten, da sollen auf jeden Fall hier so Aufstellfenster hinkommen, da ist jetzt die Frage, ja, es gibt da halt, gebrauchte Originale von, ich sag jetzt mal, schlecht bis gut, oder sehr gut, es gibt auch richtig gute, oder halt komplett neue, als Repro, aber wie gesagt, da muss man halt erst mal gucken, ja, was wird mit dem Projekt, wird das eher eine Ratte, da muss man natürlich eher schlechtere nehmen, sag ich jetzt mal, oder wäre gut, oder wird das halt was Schöneres, dann nimmt man halt nicht so abgeranzte, ja, das ist halt die Frage, ja, auf jeden Fall wollte ich euch da mal so einen kleinen Eindruck verschaffen, was wir machen, wie lange wir das schon machen, oder was wir noch vorhaben, ja, wie gesagt, wenn ihr da Bock drauf habt, uns zu verfolgen, jede Woche geht jetzt hier weiter, wäre schön, wenn ihr ein Abo da lassen würdet, wenn euch gefallen hat, natürlich ein Like, und wenn ihr nichts verpassen wollt, die Glocke, kennt ihr ja von YouTube, ne, ja, ansonsten, soll es das, glaube ich, gewesen sein, Fragen gerne in die Kommentare, oder Anmerkungen, würden wir uns freuen, ne, also haut rein, bis die Tage, ciao, Bis zum nächsten Mal.